Die Traumsandmaschine Es war einmal ein kleiner Mann mit einem langen, spitzen Bart, der lebte hoch oben im Himmel auf einer schneeweißen Wolke. Eines Tages besuchte ihn dort ein goldener Vogel mit einem Zettel im Schnabel. Als der Mann den Zettel entgegennahm, staunte er nicht schlecht. Auf dem Stück Papier war eine seltsame Maschine abgebildet und es stand ein Hinweis daneben. Bitte nachbauen. Hm, dachte der Mann, das kann ich wohl, auch wenn ich nicht weiß, wofür man diese Maschine benutzen kann, aber das werde ich bestimmt noch herausfinden. Alle Menschen und Tiere im Wolkenreich vertrauten dem goldenen Vogel und befolgten stets seine Anweisungen. Der kleine Mann machte sich sofort an die Arbeit und besorgte alle notwendigen Materialien. Die Aufgabe war schwer, aber er war klug und handwerklich sehr begabt. Er benötigte 30 lange Tage, bis er mit dem Bau fertig war. Am Ende hatte er eine riesengroße Maschine gebaut, die dazu geschaffen war, große Mengen Sand zu feinem Staub zu verarbeiten. Wofür der Sandstaub nützlich sein sollte, das konnte er sich jedoch nicht erklären. Die Maschine benötigte sehr viel Sand, um zu funktionieren. Schwärme von Pelikanen halfen dem Mann und flogen eine Ladung Sand nach der anderen, gut geschützt in ihren riesigen Schnäbeln, zu ihm. Den Sand schütteten sie in einen großen Trichter ganz oben auf der Maschine, wo er dann anschließend von goldenen Zahnrädern zermalmt wurde, sodass er am Ende fein wie Staub war und sogar golden glitzerte. In einer Schale, die so groß war wie ein Schwimmbecken, wurde der Sandstaub anschließend gesammelt. Der kleine Mann aber wusste nicht, dass am Boden dieser Schale während des Baus ein kleiner Riss entstanden war. Durch diese Öffnung begann der Sandstaub durch die Wolken nach unten auf die Erde zu rieseln. Als der Mann dies bemerkte, war er erschrocken und machte sich sofort auf den Weg hinunter, um zu sehen, ob der Sandstaub auf der Erde einen Schaden angerichtet haben könnte. Es war dort gerade Abend und was er vorfand, war für ihn eine Überraschung. Überall auf der Welt, in allen Kinderzimmern, an denen er vorbeikam, war das Licht bereits ausgeknipst und die Kinder schliefen sanft. So friedlich hatte er die Kinder auf der Erde noch nie schlafen gesehen. Auf seinem Rückweg zu den Wolken dachte er lange nach. Ob es wohl an dem Sandstaub gelegen haben könnte, dass die Kinder überall so sanft eingeschlafen waren? Am folgenden Abend wollte er es ausprobieren. Er füllte etwas Sandstaub in ein Säckchen und reiste hinunter zur Erde. Am Kinderzimmer eines kleinen Jungen mit Namen Leon machte er Halt und klopfte an die Fensterscheibe. Leon freute sich über den außergewöhnlichen Besuch und war sofort einverstanden, den Sand beim Zubettgehen auszuprobieren. Eine kleine Prise Sandstaub, die der Mann über den Jungen pustete, reichte bereits aus. Es funktionierte. Leon war sofort eingeschlafen. Der Besucher aus den Wolken wollte wissen, wie es dem Jungen in der Nacht ergangen war und besuchte ihn am nächsten Tag erneut. Leon berichtete ihm von wunderschönen Träumen und sagte zum Abschied, »Danke, lieber Sandmann. Ich hoffe, du besuchst mich abends mal wieder.« Der kleine Mann mit dem langen, spitzen Bart schmunzelte und dachte, »Sandmann, er nennt mich Sandmann. Das gefällt mir.« Jetzt wurde ihm auch klar, wofür die von ihm gebaute Maschine gedacht war. Es war eine Traumsandmaschine. Seine Aufgabe war es fortan, den Traumsand zu den Kindern zu bringen und ihnen beim Einschlafen zu helfen. Auf diese Weise konnte er ihnen die schönsten Träume ermöglichen. Das war eine Traumandmaschine.